Hallo Freunde, liebe Grüße. Erstmal nach alle. Familie Altunkaya bewegt sich Richtung Türkei. Erste Station ist Waging am See. Mein Onkel besuchen und Tante. Da werden wir unsere erste Nacht verbringen. Es ist kurz vor der Grenze an Salzburg Richtung Österreich. Medina, sag mal Hallo in die Kamera. Lina schläft. Aha, BGF. Unser erster Stau natürlich. Ich schalte mal die Kamera rum. Schatz, ein paar nette Worte in die Kamera. Hast keinen netten Worte für mich. Ich krieg sein Herz. So Leute, wir besuchen meinen Onkel. Wir sind hier am Chiemsee. Guck mal die Aussicht auf. Guck mal hier. Oh, da ist er schon. Ankunft, Rasthausstraße 23. Da ist er doch schon hier. Ziel erreicht. Onkel, was geht? Was ist denn? Ja, was ist denn? Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Was. Irgendw史, was möchte ich. Oh ja. Tschüss! 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 Allah'a emanet olun. Su gibi gidelim. 皆 hang money somewhere. Okay, one, two of them. savez, kendapain Jourdan in action. Alors guys, Wir sind jetzt immer auf, nach vorne. Wir passen jetzt in die Türkei ein. In Bulgarien sind wir gerade rausgefahren. Kinder, sag mal Türkei. Wir sind da, Kuba, da, Medina. 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 Dina, du auch, komm. So, warte, 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 warte. So. Und jetzt machen wir zusammen ein. Warte, 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 warte. So. Komm, 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 komm. Mama hat auch ein Kuchstuch und alle haben ein Kuchstuch. Tschüss, komm. Oh, tschüss. Oh, tschüss. Tschüss, ne, Baba? So Freunde, Tag 2 in Türkei. Wir machen uns jetzt auf dem Weg nach Ismir. In Ismir besuchen wir unsere Freundin Putin, auch Boki Boxerin, die sich über das Boxen kennengelernt haben. Mach das anständig! Gibts noch Trinkgeld gleich! Oder muss ich fürs Urlaub bisschen was dazu verdienen? Guck mal, Abi macht Fensterstauber. Abi verdient noch bisschen Geld nebenbei. Den holen wir auf Rückweg hier ab. Also dafür geb ich kein Geld. Höchstens paar auf die Backe. Hör mal, dafür gibts schon höchstens paar auf die Nase, aber kein Geld von mir. So Leute, wir verlassen Europa und gehen rüber nach Asien. Nummer drei CAF! System wie sie fliegt und wie sie tanzt, Guck mal diese Wiener da! Guck mal diese Wiener da da! und wie geht ihr gleich rein auf die Nase? Game 4 6 Hast du drin? So Leute, als Co-Pilot ist jetzt meine Frau meiner Seite zur rechten Herzi 1-2 nette Worte zur Kamera Ich habe keine nette Worte Sie hat keine nette Worte, sie hat nur ein nettes Herz I love you Baby, ich küsse dein Herz Noch 2 Stunden bis Ismir 1,5 Und Rote Ampel Festhalten Kinder Leute, wir sind hier in Ismir angekommen Wollen wir was essen Jetzt sind wir hier ein bisschen im Fitnessraum Was hast du da für Fliegengewichte drauf gemacht? Der Bruder hat nichts, Bruder hat Schnurrbart bekommen Ich mache alles in dein Taschengeld Was du hast Liege auf dich Nein Wie viele Euro hast du dabei? Keine Ahnung Ja komm Alles oder nichts, du kriegst Doppel von mir Wenn du gewinnst, bezahle ich dir Haartransplantation Können wir mal ein paar auf die Lase machen Heute ist Tag 4 und unser Mullah Gestern Tag 3 waren wir in Ismir Bei unserer Profiboxerin Bujin Chaki Und ihrem netten Mann Osman Ilingi Wie? Achso Bujin Ilingi Nicht mehr Chaki Leute, sorry Ich verwechsel das immer Und heute machen wir gemeinsam eine Boottour Hier Und genau weiß ich nicht wo wir sind Irgendwo in Ismir Amel Als siehst wir nicht Jetzt schießt übersen dik Fisch 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 Jetzt kommt es halt in Heid. Ah, das ist ja ein Köpfer. Schatz, ich kaufe dir auch zwei, drei Stück für die Haust. Ich koche die Originale aus der Türkei, vom Bazaar. Die zweite Woche hat angefangen. Ich gehe jetzt mal ein bisschen in die Stadt. Die ist mir ein bisschen schocken. Ich habe bald Geburtstag. Meine Frau will mir auch noch ein Geschenk kaufen. Mein Herz, mein Ein und Alles aus meinem Elternheim. Was ist mit mir? Ich will auch vielleicht ein Geschenk kaufen. Für dich gibt es bald die Nase heute. Die Schatz sind in der Kirche. Mama, quack, quack, quack. Papa, quack, 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 quack. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Mmmh. So, Leute, liebe Grüße. Wo bist du jetzt? Ich sehe dich nicht. Die Sonne blendet uns. Wir sind hier beim berühmten Salzsee, Zuzgölle. Bei mir in der Heimat. Wir gehen jetzt mal mit den Füßen in das Salzwasser rein. Lina. Lina. Oh, Lina hat die Haare schön. Evo. Oma. Der dame selam söhle schudan. Ich selam söhle, der dame. Selam söhle, der dame. Selam söhle. Onkel mit Frau. Mein Herz. Mein Herz. Mini Herz. Mini, Mini Herz. Mafia Herz ist das. Die sieht's. Die suchen jetzt irgendeine Pfütze, wo wir ... Ach, da vorne ist eine Pfütze. Tun die Füße da rein. Hey, Mann. Hey, Mann. Hey, Mann. Mann, Mann. Kennt ihr? Ne? Ihr seid. Mann. Mann. Das ist ja. Nein. Mann. Schoko? Blau gibt es nicht. Schoko oder Vanille? Schoko blau? Nein. Nein, okay. Was willst du haben? Was? Ja. Danke. Wie ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist Eis. Und das ist das Eis? Willst du mal mein Eis probieren? Probier mal erstmal. Auf dem Auto steht jetzt Barra. Nicht viel los, gell? Freitag. Elipana hat sie jetzt noch hochgedrissen. Gessen, gehts, gell? Gessen gehts, gell? Gessen gehts, gell? Gell noch. Gessen gehts? Gessen gehts, gell? Gell noch. Was geht ab, was geht ab. Es ist schwer Leute, was geht ab. Sie brauchen Nachschuld. Ja, das tut ich groß für sie. Ninja-Türtel. Leute, wir sind gerade hier im Zentrum von Kachlamer Marsch. Auf dem Weg nach Amacia wollten wir hier ein bisschen Eis kaufen. Ich war auch im Februar hier schon. Einige Leute sind gestürzt, einige stehen noch. Hier ist komplett alles kaputt. Die ganze Straße. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Oh, ich bin jetzt hier. Das ist... Wow, siehst du süß aus. Deine Mutter sieht süß aus. So Leute, wir sind hier im Dorf, wir sind Kühe, die Kinder wollten Kühe sehen und Burak seine Kollegen. Wir sehen uns die Kühe sehen. Super! Wir werden aufbüren, gucken! Atacke! Oh! Oh! Mama! Oh! 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 Juhu! Leute, der Trip nach Samson hat sich gelohnt heute. Es war schön. Wir waren mal kurz mit den Füßen drin, haben Abend gegessen. Und sitzen hier auf einer Dachterrasse. Mit meiner Familie, mit meiner wunderhübschen Frau. Frau! Oh mein, zwei Bieste! Bist du ein Monster? Komm kurz, Papa, schnell! Oh! 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 Ja, da geht es. Leute liebe Grüße aus der Türkei noch, über Quernkartt-Chanakale. Wir haben die Rückreise angetreten, es geht zurück in die Heimat nach Deutschland. Wir sind auf dem Rückweg. Der hat mich zusammengeschlagen. Also Leute, ihr habt es gehört. So Leute, wir sind drüben in Europa jetzt. Alle Kinder einsteigen!